Musik Hallo, ich bin Dominik Stege und ich möchte euch einladen Genau! Was? Einladen zum Glokomenkündertag 2015 nach Magdeburg ins Kuschelhaus Zum Kuschel? Ja, vielleicht auch zum Kuscheln Tatsächlich zum Wiedersehen, Kennenlernen, Gedanken austauschen und Spielen und Kuscheln Wir wollen mit euch aber auch einen Videoworkshop machen Da dürft ihr vor und hinter der Kamera Filme produzieren, zum Thema Glokomen bei Kindern Mein Papa zeigt euch, wie das geht Wir haben natürlich auch Kameras dabei Meldet euch an, macht mit Wir sehen uns Am 25.07. in Magdeburg Ich zähle auf euch Ich bin schon so aufgeregt Ich bin schon so aufgeregt